ARD Text im Auftrag von Funk Oh, ist das dein Ernst? Wie sieht das hier aus? Was ist das? Hast du ne Party, your friend? Da du mich ja hier ignorierst. Ich hab jetzt gleich noch einen Termin. Und wenn ich davon wieder da bin, ist das hier alles sauber. Ist gut. Schön. Puh, Paketienst. Gut, das ging aber auch los. Das ist respektierend. Könntest du mir das noch mit reinbringen? Dann zeig mal was du kannst. Ich putze jetzt den Tisch. Halt's Maul und putz einfach. Ich putze jetzt das Geschirr. Boah, halt einfach dein Maul und putz. Ich bin jetzt weg, bis heute Abend ist alles sauber. Was machst du mit meiner Frau? Halt's Maul und trink dein Bier. Bis dann. Bis dannnach. kanseras. Ssb. 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 Ssb.